Angekommen wieder, gerade nochmal frisch reingelockt ins Game, ich renne direkt durch. Wir haben es 17 Uhr, es geht in Richtung Nacht und wir befinden uns immer noch an den guten alten Windenbach. Und solange es der gute alte Windenbach ist, nutzen wir einfach die Chance und versuchen hier nochmal den dicken fetten Donn-Kaulbarsch zu fangen. Also, up get it. Wo sind wir denn hier mittlerweile? Genau, das hier ist the place to be. 108, 123, vorhin im Stream schon kurz getestet, jetzt nochmal in die Vollen gehen und wir testen hier mit drei Routen entspannt auf Grund. Und ich werfe gar nicht so ganz weit aus, wobei ich glaube ich tatsächlich immer noch so ein bisschen an verschiedenen Stellen hier werfe. In der Hoffnung auf den Donn, den ultimativen Fisch vom Windenbach würde ich sagen. Einer der seltensten Fische mit im Game. Und ja, wie gesagt, der Windenbach ist ja schon in Planung, in Umbauplanung sozusagen, in Aktualisierungsplanung. Und bevor der dann so endet wie der Moskito, dass das wunderschön ist, aber nicht mehr so fängig wie vorher, müssen wir die Chance natürlich ausnutzen. Und dann, dass wir hier vielleicht nochmal an den guten, alten, bekannten Stellen auf die Fische gehen, die wir wollen. Ja, und wie gesagt, einer der seltensten Fische ist tatsächlich, oh geil, eine Zope ist auch nicht schlecht. Aber einer der seltensten ist tatsächlich der Donn-Kaulbarsch. Und den Donn-Kaulbarsch, da muss man schon wirklich lucky sein. Da muss man schon einiges probieren und höchstwahrscheinlich auch ziemlich viel Zeit investieren. Denn ein Fisch, der nur in der Nacht zu fangen ist und dann auch immer an verschiedensten Stellen, an verschiedensten Positionen und Spots hier am Gewässer. Den dann auch noch als Trophy zu fangen, super schwierig, super seltenes Ding. Deswegen einfach nochmal nutzen. Die Chance soweit ausnutzen. Wir haben hier ein Setup gewählt. Ihr seht hier die, die ein bisschen freakige Farbe der Schnur vielleicht schon. Das hier ist Micro Braid. Super dünne Micro Braid Schnur. Gucken wir mal eben rein. Ungefähr so sieht das ganze Setup aus. Natürlich wieder die Bounisan für winzig kleine Fische. Also schön auf die Winkelpicker, wenn Winkelpicker noch nicht vorhanden, mit diesen schönen Erweiterungen, Add-ons hier oder Plus auf die Montage. Dann, wie gesagt, trotz allem mit sehr, sehr feiner Montage. In dem Fall jetzt hier oben eine Micro Braid mit einer Dicke der Schnur von 0,04 Millimeter. Super dünn. Wir gehen mal eben hier den Fisch holen. 0,04 Millimeter starke Schnur. Richtig zart. Aufpassen bei sowas natürlich mit der Bremse. Bremse erstmal richtig weit runterstellen. Und dann kann man sie langsam immer noch hochdrehen. Wenn man dann irgendwann weiß, wann die Bremse greift. So, gehen wir mal wieder rein. Und es bimmelt schon wieder. Was haben wir noch? Micro Braid. 2,8 Kilo Tragfähigkeit hat diese Micro Braid. Allerdings auch hier nur 100 Meter drauf. 20er Haken habe ich hier drauf. Ich habe einen 18er Haken, wenn mich nicht alles täuscht. Hier drauf. Und hier war es auch nochmal ein 2er. Ah, hier ist der 22er. Genau. Also 18, 20, 22er Haken. Die drei Stärken habe ich drauf. Und ja, damit halt die große Hoffnung. Das fängt jetzt so langsam erst an. Es fängt jetzt so langsam erst an. Gründling Strophy hatte ich gerade im Stream auch schon gezogen. Die kann mal schön nebenbei mit reinrasseln. Oha. Hard am Limit. Aber wie gesagt, Zielfisch ist halt der Don Kaulbarsch. Äh. Ah ja. Don Kaulbarsch wollen wir haben. Gesagt wurde vorhin im Stream auch so um die 8 Meter als Clip. Ähm. Wie gesagt, ich clippe jetzt hier nicht. Ich werfe hier mal von Rechtufer nah bis Mittig ungefähr rein. Ähm. Angle das alles ab. Man könnte natürlich auch einmal gegenüber werfen hier an das Schilf oder direkt daneben. Hier in diesem sandigen Bereich. Auch durchaus eine Möglichkeit. Teste vielleicht auch noch. Aber ansonsten grob erstmal hier die gesamte Area einfach mal abfischen. Was habe ich an Ködern dran? Ihr habt es gerade wahrscheinlich schon gesehen. Mistwurm natürlich als schöner Klassikköder. Ähm. Und des Weiteren auch noch ein Köder, der in der letzten Woche hervorragend funktioniert hat. Borkenkäfer. Larve only. War in den dicken, fetten Wochenrekorden zu sehen. Von daher probiere ich es natürlich auch nochmal hier mit der Borkenkäferlarve. Also einmal der Evergreen und einmal die Borkenkäferlarve. So, locker raus damit. Auch hier immer noch ein bisschen abwarten. Hauptsache das lüppt das Ganze. Hauptsache der Fisch beißt auch richtig und hakt dann auch richtig. Auch wenn es die ganz kleinen, leichten sind. Guck mal hier. Es sind einige Gründlinge da tatsächlich dabei. Ich bin ganz überrascht, ey. Wie viele das hier gerade sind. Das waren vorhin nicht so viele. Sogar noch eine Laube. Da können wir gleich schön noch ein paar Köderfische mitmachen. Und dann später mit den Lauben und so nochmal versuchen, wie gesagt, die zu verarbeiten. Und dann auf Barsch damit zu angeln. Barschtrophy. Tatsächlich. Man kann es kaum glauben. So viel Barsch immer bei mir. Aber hier fehlt mir an diesem Gewässer noch die Barschtrophy. Zumindest seitdem es dieses Fangbuch gibt. Ich würde sagen, geht jetzt einfach mal hier schön entspannt in die Nacht rein. Gucken uns das ein bisschen an. Wenn da was ordentliches dran ist, schalte ich natürlich rein. Und ansonsten sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Ich bin gespannt, was da die Nacht über passiert. Bis gleich. Ja, die Nacht über war jetzt hier viel Gedöns dran. Viel Kleinkram. Viel Schnickschnack. Und nicht ein Donn Kaulbarschen. Jetzt haben wir hier drei Uhr morgens zaghaftes Gezuppel gerade auf der Route, die gegenüber im Wasser liegt. Gucken wir mal, was wir hier jetzt dran haben. Nicht dein Ernst, Alter. 35 Gramm. Winziger Donn. Aber immerhin ist es der Donn, Alter. Immerhin ist es der Donn. Das ist doch schon mal was. Wo ist er hin? Oder wo kommt er her? Von da drüben. Da drüben hingeschmissen. Allerdings, wie gesagt, die anderen waren alle hier so in dem Bereich. Büschen höher. Oh, da ist der Finger weg. Büschen höher. Aber sonst hier im Mittelbereich und im Nahbereich des Ufers. Guck mal da, Alter. Der erste Donn und auch der tatsächlich auf Borkenkäferlarve. Warten wir es ab. Da geht bestimmt noch ein bisschen mehr, Alter. Da kann noch ein bisschen mehr was reinkommen, Alter. So, dann gehen wir mal eben hier schön verkaufen. Was haben wir denn hier alles im Kescher? Lauben. Dafür hat es nicht gereicht. Da könnte ich gleich noch mal ein bisschen stippen. Hier immer wieder gut. Unmaßige kleine Rotaugen. Fünf Stück. Ne, vier Stück sogar nur. Perfekt. Für acht Silber. Kratsching. Die nehmen wir mit. Die zwei Stück. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gerade weggeschmissen. Hast du fein gemacht. Die Muschel habe ich nur in kleiner. So, dann gucken wir nochmal eben rein hier ins Café. Da ist er schon, der Don. Und wenn wir mal auf die Gänze gehen, auf alle Don-Kaulbarsche mit den vergangenen Nächten. Ja, immerhin. Immerhin sieben Stück. Tja, kohlemäßig nicht schlecht. Diese sieben Stück. 116 Silber. Das ist nicht verkehrt. In Gänze bin ich hier bei über 200 Silber. Auch nicht verkehrt. Aber der Kescher ist ja auch voll. Und voll mit wirklich wertigen Fischen. Das heißt, wenn man hier mit richtig feinem, zartem Setup rangeht, kriegt man hier auch tatsächlich wertvolle Fische ran. Einmal, wie gesagt, hier das Angeln aus dem Stream ist hier mit drin. Und jetzt gerade eben noch, das hier war auch gerade noch im Stream gefangen, die Güster ballert natürlich auch ganz gut rein. Nicht zu vernachlässigen tatsächlich. 3 und 5 Silber für einen so einen Fisch ist schon wirklich gut. Zope, klassischer Z-Fisch. Wenn man später Level 20 ist am Voltio, kann man schön hart auf Z-Fisch gehen. Hier am Windenbach zur Zeit noch recht gering. Vielleicht wird es mit dem neuen Windenbach sogar mehr. Warten wir es ab. Und Don Kaulbarsch super selten. Und man sieht natürlich je nach Gewicht auch richtig wertvoll. Super selten und richtig wertvoll. Einige Gründlinge noch mit dabei. Sehr, sehr viele maßige Fische mit dabei. Also tatsächlich echt ergiebig an dieser Stelle. Zieht raus die Brocken, würde ich sagen. Petri, maximales Petri für diesen Fisch. Weil Don ist einfach die Hölle. Ich werde es auch noch weiter versuchen. Zieht raus das Ding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.